Wie viele Alkoholiker kennen Sie? Ich kenne einen einzigen. Bis jetzt. Ich habe Whisky getrunken. Whisky? Mhm. Am Schluss habe ich am Tag zwei Flaschen getrunken. Also zwei Flaschen Whisky? Mhm. Zwei Flaschen Whisky? Er hat es irgendwann nicht mehr im Griff. Und man muss einfach trinken. Alle haben getrunken. Das war recht normal. Und dann ist das wieder aus dem Leben verschwunden. Aber bei mir eben nicht. Ich habe dann einfach weiter getrunken. Das ist krass, oder? Du warst mit einer Alkoholikerin verheiratet und hast es gar nicht gemerkt. Ja, das muss man so sagen. Je mehr er mich abgeschlagen hat, desto mehr habe ich getrunken. Darum haben meine Kinder damit gemeint, Mami, sage einfach nichts mehr. Dann traktiert er dich nicht mehr. Drei Tage auf der Spur der Volksdrogen Nummer eins. Das ist Mona mittendrin bei Alkoholiker. Das ist Mona mittendrin bei Alkoholiker. Anfangen tut alles mit einer Adresse in der Zürcher Innenstadt. Dort warte jemand auf mich, haben sie gesagt. Wer das ist, keine Ahnung. Hallo. 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 Entschuldigung, ich suche Mona mittendrin jemanden, der mich erwartet. Hier bist du richtig. Ich bin Felix, ich bin Alkoholiker. Ich bekomme den Club. Danke vielmals. Ich bin Mona. Wir sind hier in der Rühmeltheit der anonymen Alkoholiker. Ich komme zu euch. Ich komme zu den anonymen Alkoholikern. Genau. Aber jetzt sind wir gar nicht mehr so anonym. Das ist richtig. Jetzt weiss ich von dir ja schon den Vornamen. Jetzt kennen wir uns schon. Ist das kein Problem? Das ist kein Problem. Wir sind ja hier im privaten Rahmen. Und wir zwei werden unser Auto. Und Liss wird sich dann versteckt zeigen. Hey, also ich bin gerade ein bisschen ... Darf ich einfach mal absitzen? Komm, zuerst mal ein wenig durchatmen und mal abhocken. Danke vielmals. Du bist Alkoholikerin? Ich bin Alkoholikerin, ja. Du auch? Ich auch. Also trockene Alkoholikerin. Du willst nicht gefilmt werden? Einfach von der Seite und von hinten. Ja. So, um meine Familie zu schützen. Sie rief am meisten. Ich war getrunken bis ich 40 Jahre alt. Wie lange insgesamt? 11 Jahre. Mit 29 war ich kleiner. Ich hatte drei kleine Kinder. Ich hatte zwei, fünf und sieben Jahre alt. Ich habe einen anderen Mann kennengelernt. Als ich mit ihm im Ausgang bin, habe ich zwei Kaffee-Creme-Schnaps bestellt. Das war so etwas Grussiges. Ich habe die Nase zugehalten. Ich habe ein paar Mal gesagt, wie kann man so etwas trinken? Kaffee-Schnaps? Ja. Und ich habe nochmals einen gestellt. Und zwar wegen diesem super Gefühl. Einfach so ein warmes, schönes Gefühl. Und das war der Anfang meiner Soufer-Karriere. Ein Kaffee-Schnaps? Ja. Als Anfang? Ja. Mit diesem Alkohol war alles immer noch etwas peppiger. Ja. Ich habe Whisky getrunken. Whisky? Mhm. Am Schluss habe ich am Tag zwei Flaschen getrunken. Also zwei Flaschen Whisky? Mhm. Zwei Flaschen Whisky? Ich musste einen Teil trinken, damit ich überhaupt aufstehen und arbeiten kann. Damit ich funktionieren kann. Du musst dir vorstellen, wie wenn du am Morgen zwei Kaffee trinkst. Ja. Da musste ich zwei Whisky haben. Also ein bisschen rechte. Damit ich arbeiten kann, damit ich die Zähne putzen kann. Hast du Whisky trinken? Ja, mich hat es doch gelupft. Ohne. Nüchter. Also mich würde es mitgelupfen, glaube ich. Ja. Das ist ja sicher noch gross. Aber zum einfach dir ... Dass du ... Ja. Aber du denkst, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Nein, ich habe es wirklich ... Also eben, schau. Ich bin ein kompletter Unalkoholiker. Ich finde es nicht fein. Ich habe ... Ich habe eher eine gewisse Berührungsängste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir vorher überlegt, kenne ich jemanden, der Alkoholiker ist. Ich kenne niemanden. Also ... Also ich würde es nicht ... Ich hätte es ihr nie zugegeben. Ja. Also du lachst jetzt. Aber ich kenne wirklich niemanden. Wieso lachst du jetzt? Ja, weil ... Also ich habe nur von mir gesprochen. Aber als ich noch getrunken hatte, habe ich natürlich schon recht viele Möglichkeiten gesehen, das von meinem Umfeld zu verbergen. Also habe ich gemeint. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, das möchte niemand. Und ich bin auch keiner gewesen. Also ich habe ja einfach ein bisschen getrunken. Das haben alle gemacht. Und wir sind herumgehängt. Und alle haben getrunken. Und ja, das war recht normal. Einfach immer im Ausgang? Ja, immer ein bisschen im Ausgang, genau. Und dann ist das wie so wieder aus dem Leben verschwunden. Aber bei mir eben nicht. Also ich habe dann einfach weit getrunken. Ich habe dann recht irgendwann mal gemerkt, dass es auch sonst im Leben noch so gut ist, wenn ich ein bisschen Alkohol habe. Um ein bisschen oben runterzukommen vom Tag, vom Arbeiten, vom ... Ja, also ich war auch nicht ... Ich hatte wirklich nur Scheiss-Jobs dann. Oder ich hatte das Gefühl, ich hatte nur Scheiss-Jobs. Und ja, um oben runterzukommen. Ja, und meistens habe ich auch die Flaschen recht zügig wieder entsorgt. Nicht, dass irgendjemand da plötzlich in viel Flaschen rumsteht und mein Mann vielleicht hat sich dann doch mal gedacht, ah ... Von einer Woche oder so. Ja. Ja. Aber hat er gemerkt, wie viel du tatsächlich trinkst? Ich weiss es nicht. Das müsstest du ihn selber fragen. Wie warst du dann zu wenig, Anna? Ich musste einfach so viel trinken, dass ich schlafen konnte. Also, dass ich irgendwie schlafen konnte und am Morgen ... Nicht alles verschriebe. Ja, nein, gut. Am Morgen habe ich nicht gedacht. Kommt dir das bekannt vor, was? Zybil. Es hat überall etwas, was einem ... ja, bekannt vorkommt. Also, anfangs war ich einfach Konsument wie jeder andere auch. So richtig in den Alkohol reinkam, war ich erst dann, als ich angefangen hatte, zu arbeiten. Und ich war einfach nicht so wahnsinnig happy mit der Arbeit als solches, vielleicht schon noch, aber einfach nicht im Umfeld. Und dafür, dass es mir etwas besser ging, war, dass ich einfach das Feueroberbier getrunken. Mhm. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich halt einfach lockerer bin, auch wenn ich etwas getrunken habe. Ich habe auch Selbstvertrauen, dass ich manchmal zu wenig hatte. und habe dann einfach mit Alkohol aufgepeppt. Was war denn am Schluss? Wie viel hast du pro Tag? Am Schluss war es sicher eine Flasche Vodka, eine Flasche Whisky. Und zusätzlich einfach noch irgendetwas, was Aroma hatte. Also, Bier, Wein. Jeden Tag? In 24 Stunden, ja. Und manchmal ist es schon vorgekommen, dass ich am Morgen am 3 Uhr wach bin und dann die Unruhe in mir hatte. Und gemerkt habe ich, wenn ich das jetzt nicht bekämpfe, kann ich nicht mehr weiterschlafen. Und ich muss schlafen, bis ich aufstehen muss, um zu arbeiten. Und dann bist du aufgestanden und dann kühlschrank? Ich bin aufgestanden und habe dann auch einen kräftigen Schluck Wodka oder Whisky oder was, glaube ich, da gestanden ist. Und dann das Gefühl, jetzt kannst du noch einmal liegen und schlafen. Und dann aufgestanden zur normalen Zeit und dann gebe ich ihm. Felix ist heute trocken. Auch Sibylle und Liz trinken nicht mehr. Aber der Alkohol hat ihr Leben geprägt. Ihre Geschichten stehen, so verschieden sie auch sind, für die Macht, die der Alkohol haben kann. Für viele ist er einfach ein gesellschaftliches Schmiermittel, aber für gewisse, eine unbarmherzige und sogar tödliche Drogen. Geschätzt 300'000 Schweizerinnen und Schweizer sind süchtig nach Alkohol. Jeder Füfte von uns hat laut dem BAG einen problematischen Konsum, trinkt also zu viel oder zu häufig. Es sind immer noch mehr Männer, die trinken, aber die Frauen holen auf. Liss hat lange gar keinen Alkohol konsumiert. Sogar an ihrer eigenen Hochzeit hat sie mit Orangina angestossen. Drei Kinder brachte Liss auf die Welt, aber dann ging ihre Ehe in Brüche und Liss hat sich im falschen Mann verliebt. Sie hat mit ihm angefangen zu saufen und, so erzählt sie mir, dass er ihrem Gegenüber immer wieder gewalttätig wurde. Je mehr er mich abgeschlagen hat, desto mehr habe ich getrunken. Darum haben meine Kinder damit gemeint, Mami, sage einfach nichts mehr. Dann traktiert er dich nicht mehr. Aber dann hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, der hat mich am Wochenende auch wieder eingeschlossen, im Zimmer. Aber wir hatten ein Kästchen mit Alkohol, und dort drin hatte ich mich mit diesem Alkohol gelassen. Und da habe ich natürlich wahnsinnig viel gesoffen. Kannst du dir ja vorstellen. Dann hat er dich in diesem Zimmer gespürt? Ja, und zu essen konnte ich runtergehen. Und am dritten Tag kam ich runter, schon ziemlich viel Öl am Hut. Und ich habe alles, was in dieser Küche war, genommen und dann an den Kopf geschossen wollen. Ich habe ihn nicht getroffen, gell? Und in diesem Moment habe ich gemerkt, ich könnte ihn zu tot schlagen. Wirklich? Ja. Ich habe es gespürt. Ja. Und dann wusstest du, dass es so nicht weitergeht? Ich muss gehen, egal was passiert. Und dann bin ich auf die Wohnungsfürsorge und sagte ihnen, ich müsse eine Wohnung haben, es gehe nicht mehr. Und dann sagten sie, dass ich 14 Tage eine Wohnung haben kann. Und dann hat er mich am Morgen um 2 Uhr rausgefallen. Also ich war bei Mona auf der Strasse, mit drei Kindern, ein Auto, 168 Fr. und ich war besoffen. Also nicht nüchtern. Einfach viel Promille. Nein. Also dort war ich wirklich ganz am Boden. Zu unterstunden. Zu unterstunden. Notwohnung. Ja. Nicht mehr gehabt. Aber weg von diesem Elend. Nachher, als du den Mann verloren hast, als du die Notwohnung hatte, konntest du wieder neu anfangen? Wie war es mit dem Trinken? Das war genau der Moment, in dem ich überzeugt war. Ich habe ja mit dem angefangen zu trinken. Jetzt habe ich ja den nicht mehr. Jetzt höre ich, jetzt muss ich ja nicht mehr trinken. Und das war der grosse Trugschluss. Da war ich schon so im Pegel, oder wie man nicht sagen will, vom Alkohol, dass ich nachher ... ... ganze zwei Jahre Mittertun hatte. Genau eben. Jeden Morgen versprochen. Auf der Matratze knimmelt. Ja. Heute höre ich auf. Ganz sicher. Der Kind versprochen. Immer wieder. Und die haben dann immer mehr Verantwortung übernommen. Wie war es für sie? Schlimm. 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 Ja. Sie haben es einfach nicht gesagt. Sie haben versucht zu funktionieren. Und dann hat die jüngere Tochter gesagt, Mami, morgen haben wir dann Wäsche. Oder du kannst noch dein Bett abziehen. Es ist dann schon zwei Wochen wieder rum, als du uns Bettwäsche nicht gegeben hast. Und äh, gegessen haben sie im Hort. Ja. Und äh, da haben sie auch viel gekocht und sind gepostet. Und ich konnte nicht immer zum Haus aus. Ja. Ja. Es gibt sicher Leute, die sagen, das ist unglaublich. Eine Mutter liebt ja nichts so fest wie ihre Kinder. Und wenn du nicht einmal für deine Kinder Dekogenalkohol sein lassen kannst, weisst du das für eine Mutter? Ja, genau. Ja. Und das ist das, was man sich so schämt. Ja. Und eben, wenn das ganz schlimme, schlechte Gewissen kam, habe ich gerade ein paar drin getrunken, damit ich es nicht mehr merke. Ja. Dann ist das schlechte Gewissen weg. Dann ist dir alles Wurst, Mona. Ja. Es ist ... Du kannst das gar nicht mehr denken. Jeden Tag wollte Liss aufhören und trotzdem keinen Ausweg gefunden. Schliesslich war es ein Satz, der alles verändert hat. Dann hat die Tochter gesagt, es sei so schade, dass du so viel trinkst. Und das war eben liebevoll. Ja. Das habe ich gespürt. Das hat mich im Herz bewegt. Und da habe ich gespürt, sie liebt mich, auch wenn ich so eine furchtbare Mutter bin. Ja. Und das war der Moment ... Als ich wusste, jetzt hörst du auf. Also, jetzt muss ich etwas machen. Und dann hast du den AAA angerufen, also zu den anonymen Alkoholikern? Ja. Ich habe angerufen, er hat einen abgenommen, und dann bin ich dorthin. Und dann haben sie erzählt, jeder hat etwas ... 24 Monate sind an diesem Tisch gesessen und eine Frau. Ja. Und ab dann hast du ihn nie mehr getrunken? Nein. Ich kam zu meinem eigenen Gefängnis aus. Ja. So würdest du es sagen, ja? Ja, ich kam zu meinem Gefängnis aus. Ja. Auch 35 Jahre, die seitdem vergangen sind, konnten die Wunden nie ganz heilen. Ihre Kinder hätten ihr nie Vorwürfe gemacht, sagt Liz. Aber sie sich selber immer wieder. Am nächsten Morgen im aargauischen Fricktal. In diesem 2'000-Seelen-Dorf ist Felix aufgewachsen, als jüngstes von acht Kindern. Und heute noch wohnt er hier, zusammen mit seinem Ciao-Ciao-Bau. Auch die ganze Zeit, als er alkoholkrank war, lebte er hier. So, warten wir. Hier ... Weisst du ... Hier bist du einmal gepostet? Ja, das war eine Notlösung eigentlich. Die Leute, die hier gearbeitet haben ... Das waren Einheimische. Die haben dich gekannt. Die haben wir natürlich gekannt. Und ja ... Es war dann einfacher, ausser ich etwas zu posten als da. Einen Tag habe ich die Abkürzung noch über das Deutsche. Dort kaufte ich meine Sachen einkaufen. Und den anderen Tag dann in der Schweiz. Ich sollte auch nicht auffallen, dass er schon wieder da ist und sein Quanten kommt kaufen konnte. Ab und zu habe ich halt einfach noch drei Stange Leuch dazu gepostet. Und ich bin zuerst weg. Und habe dann das mitgenommen, dass es ausgesehen hat, als wenn es ein normaler Einkauf wäre. Aber woher kommt denn das? Weisst du, dass man es so verstecken will? Eine Scham. Hast du dich geschämt? Ja. Also ich habe mich geschämt, weil ich merkte, dass ich es nicht mehr im Griff habe. Also ich ... Ja, das ... Man hat es einfach irgendwann nicht mehr im Griff. Und man muss einfach trinken. Ich musste den Stoff haben. Ich musste ihn besorgen. Also du warst eigentlich wie ein Junkie? Eigentlich schon, ja. Ja. Und ich möchte es nicht zurückgehen. Das ist ... Die ganze Chance war zu viel. Hallo. 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 Man kennt sich. Ja, gell? Man kennt sich. Vielleicht hat dich niemals im Dorf angesprochen und gesagt, Felix, das kommt nicht gut. Nein. Echt? Nein. Aber das merkt man doch, wenn sich jemand so zurückzieht und wenn du immer siehst, dann geht ... Nein, ich denke nicht, dass die Leute darüber reden wollen. Auf dem Land hat man ja genau das Gefühl, die Leute wissen eigentlich alles, kennen sich eigentlich auch gut. Ja, aber ich will nichts sagen. Ich will direkt ansprechen. Nein. Nein. Die Betroffenen verstecken es und das Umfeld schauen weg. Das gleiche Spiel ist bei Felix jahrelang auch am Arbeitsplatz abgelaufen. In seinem Job als Planer bei einem Detailhändler hat Felix jeden Tag Wodka in eine Rivella-Fläschchen abgefüllt und in seinem Auto versteckt. Vor der Kaffeepause nahm er immer einen kräftigen Schluck, damit er die Kaffeetasse ohne Zitren halten konnte, bis er aufgeflogen ist. Irgendjemand hat gemerkt, dass ich immer gleichzeitig gehen musste, meinen Pegel auffüllen. Er ging mir einmal nach und sah mich wahrscheinlich. Er macht sich Gedanken, wieso man ins Auto trinkt. Aha. Du bist ... Das ist eigentlich nicht normal. Ich wurde dann zitiert. Die Chef hat mich eingeladen für ein Gespräch. Es war dann eine Personalassistentin dabei. Und jemand vom Sozialamt. Und dann haben sie mir gerade gesagt, wir haben sie gerne von ihrer Arbeit her. Aber wir haben festgestellt, dass sie ein Problem haben. Und wenn sie nichts machen gegen das, haben sie mich gezwungen, dann einfach die Konsequenzen zu ziehen. Okay. Und die Sozialberaterin sagte, dass sie immer schaue, dass sie möglichst einen Platz bekommen. In eine Klinik? In eine Klinik. Und ich gebe ihnen Bescheid. Was sie machen müssen, sie müssen sich selbst anmelden. Hast du das Gefühl, sonst hättest du dich hier gesoffen? Wahrscheinlich schon. Ich hatte Leber weg, die jenseits von gut und böse waren. Und ich hatte auch sonst Probleme. Also körperliche Probleme, die man nach hinein ganz klar sah. Das war nur vom Alkohol. Felix ist Glück, er konnte wieder zurück an seinen alten Arbeitsplatz. Unter der Bedingung, dass er eine Selbsthilfegruppe besucht. Also ging Felix an eine Sitzung der anonymen Alkoholiker. Irgendwie war eine gewisse Geborgenheit da. Es waren ganz nette Leute. Was mir eingefahren ist, der Erste sagte, bei uns musst du nichts machen. Wir sagen dir nie, hör auf zu Hause. Wir sagen dir nicht, mach das so, mach das so, solltest du nicht das machen. Sondern wir reden einfach nur von uns. Und wie wir es gemacht haben, weil wir gewisse Probleme lösen. Und gehen dann einfach das weiter. Und am Schluss kam einer und sagte, du hast ein Kärtchen, wie der Kärtchen von mir. Wenn es der Dreck geht, willst du voran noch. Obwohl, der dich das erste Mal sah. Und das war irgendwie ja, befreiend. Dass einfach jemand da ist, der sagt, hey, Aber ich habe ein Vertrauen, dass du ... Hier hast du mein Kärtchen. Und ich hatte das Kärtchen lange, lange im Bordmeneer. Und ich habe es nie gebraucht. Aber du hast es gehabt. Ich glaube, es war ein guter Entscheid. Und jetzt bin ich einige Jahre dabei. Und ich möchte es nicht missen. Es ist wirklich eine gute Sache. Also für mich ist es eine gute Sache. Vom Alkohol wegkommen, ist alles andere als einfach. Auch Felix hat es nicht beim ersten Versuch geschafft. Nach acht Monaten ohne einen Tropfen Alkohol hat er gedacht, jetzt möglichst ein einziges Bier verleiden. Ein paar Tage später hat er wieder gesoffen wie vorher. Damit man auch auf lange Zeit trocken bleiben kann, dafür ist der Austausch mit Gleichgesinnten eine grosse Stütze. Wie bei den anonymen Alkoholikern. Regelmässig gibt es sog. offene Meetings, wo auch Leute ohne ein Salkproblem schauen dürfen. In so ein Treffen sitze ich jetzt hinein. Liss führt das Meeting. Anonyme Alkoholiker sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die miteinander ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, um ihr gemeinsames Problem zu lösen und anderen zur Genesung vom Alkoholismus zu verhelfen. Unser Hauptzweck ist, nüchtern zu bleiben und anderen Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen. Mein Name ist Liss, ich bin Alkoholikerin und begrüsse euch herzlich zum offenen Meeting. Der erste Schritt ist heute unser Thema. Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. In der Runde sitzen Menschen wie du und ich. Aber bei dem, was sie erzählen, muss immer wieder leer schlucken. Niemand wertet über den anderen. Jeder hier weiss aus eigener Erfahrung, wie man sein Leben wegen Alkohol an die Wand fahren kann. Unsere Kameras müssen jetzt natürlich raus. Was in diesem Raum erzählt wird, bleibt in diesem Raum. Nach anderthalb Stunden ist das Meeting fertig. Jetzt treffe ich wieder auf meine dreuen Runde, Felix, Sibyl und Liss. Mich hat das tief beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Denn ich habe das bis jetzt nur aus den amerikanischen Filmen gekannt. Der sieht sich etwas anders aus. Jetzt sind wir alle in diesem Kreis und bei uns ist man so an Tisch. Aber mich hat vor allem beeindruckt, wie schonungslos, hart, offen und ehrlich die Leute von sich selbst erzählten. Und auch von ihrer Geschichte, von anderen Leuten. Das ist eigentlich fast der Wichtigste. Der Wichtigste. Einfach mal ehrlich mit einem selbst sein. Eindrücklich ist natürlich auch der Anfang. Wenn du deinen Namen sagst, ich bin Alkoholiker. Warum müssen wir das machen? Müssen müssten wir eigentlich nicht. Ich persönlich mache das einfach, dass ich mir wirklich sage, hey, du bist krank. Und so sage ich mir halt einfach, ich bin Alkoholiker und weiss ganz genau, hey, heute, die nächsten 24 Std. passe ich einfach drauf. Egal. Du bist ja seit zehn Jahren getrochen. Ja. Und ich werde aber eben in 20 oder 30 oder 50 Jahren, wenn ich dann noch leben würde, bin ich immer noch Alkoholiker. Ihr habt ja den Weg, dass ihr von Anfang an nicht sagt, wir werden jetzt ein Leben lang nicht mehr trinken, sondern ihr redet immer nur von den nächsten 24 Std. Immer. Warum? Also nicht nur am Anfang, immer. Ich wünsche euch am Schluss gute 24 Std. Gute 24 Std. Gute 24 Std. Gute 24 Std. Woher kommt denn das? Ich wäre rüber geschnappt, wenn die mir gesagt hätten, du darfst nie mehr etwas trinken. Ich wäre überfordernd gewesen. Ich finde es auch gut, gerade am Anfang, die 24 Std. sind ja auch am Anfang viel zu viel. Und man kann sich so intensen. Du hast halt bis in der nächsten Stunde, bis zum 5, bis zum 6, bis zum 7. Und du hast jedes Mal wie ein kleines Erfolgserlebnis. Es ist dann viel viel, du bist noch nicht getrunken. Und dann bist du 6, du hast noch nicht getrunken. Und so ist es einfach zu handeln. Und ich sage auch heute nicht. Ich würde dir nie sagen, ich trinke jetzt bis an mein Lebensende nicht mehr. Also ihr rechnet auch jetzt eigentlich immer noch die 24 Std. Und wenn du die geschafft hast, kommen die nächsten 24 Std. Ja. Ja. Was passiert dann, wenn ihr mitbekommt, dass jemand einen Rückfall hat? Dass er wieder getrinkt? Also ich erlebe es noch viel. Weisst du, ich habe noch in der Hotline meine Telefonnummer hinterlegt. Wenn jemand in der Not ist, könnte es mir anrufen. Ja, dann einfach abhören und sagen, ein Rückfall ist nicht schlimm. Es kann passieren. Komm wieder. Komm wieder. Komm wieder. Ich probiere es. Ich weiss, es ist nicht das Ende. Es kann passieren. Aber wir haben ja die Gelegenheit, eben genau 24 Std. wieder neu anfangen. Heute. Das ist Tempi Passati. Das ist Tempi Passati. Ich gehe zu Sybille nach Hause. Die selbstständige Texterin wohnt am Rand von Zürich. Hoi, Sybille. Hoi, Mona. Komm rein. Vielen Dank. Danke vielmals. Sybille hat mir ihr Angebot gemacht. Ich könne auch ihren Mann selber fragen, wie er ihre Alkoholabhängigkeit erlebt hätte. Also ich bin Mona. Oh, meinst du so? Ja, es ist halt immer noch so schön, dich kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Oliver arbeitet bei einer grossen Wirtschaftsprüferfirma. Seit knapp 20 Jahren sind er und Sybille ein Paar. Also schon seitdem, als Sybille noch mehr als nur Kaffee getrunken hat. Wir schauen Fotos an der letzten gemeinsamen Reise, bevor Sybille zu der anonymen Alkoholiker ist. Sybille hat nach jahrelangem Trinken immer mehr unter dem Alkohol gelitten, körperlich und psychisch. Sie stand im Job an und war mühe vom ewigen Versteckspiel. Als sie gegenüber ihrer Ärztin endlich einmal ehrlich war, was ihren Alkoholkonsum angeht, hat sie gesagt, sie müsse sofort etwas dagegen machen. Das Ende des heimlichen Trinkens von einer Flasche Prosecco und einer Flasche Vier am Tag. Meistens war ich so zwischen fünf und sechs zu Hause. Und dann habe ich natürlich als erstes irgendwie, ja, angefangen zu trinken. Die Rolle arbeitet immer länger als ich. Und dann kam meistens so eine halbe Achte, sieben, halbe Achte, her. Und dann war ich meistens bei meinem Glas Rotwein. Und dann als erstes so registrierte ich. Eben das ist das, was du sahst. Aber das, was du vorher sahst, hast du nicht mitbekommen? Nein, natürlich nicht. Das war sozusagen das erste Glas. Für mich, oder? Und dann dachte ich, ja gut, das machen ja noch viele Leute. Wie hast du das eingeschätzt, ihr Trinkverhalten? Ja, ich meine, sie sind sicher mehr getrunken als vielleicht andere, aber ich habe das immer noch gefunden, ja, es ist immer noch in einem normalen Rahmen. Alkohol war nie ein Thema bei uns. Also, weisst du, es ist nicht irgendwie, wo wir sagen müssen, haben wir genug Alkohol für das Wochenende? Sondern wir haben einfach... Du hast dich das nicht gefragt. Ich habe mich das natürlich schon gefragt. Ja, klar, aber wir haben es ja nicht diskutiert. Aber was hast du denn die Flaschen irgendwo verstecken? Oder wie hast du das gemacht? An unter dem Sofa? Die vollen Flaschen waren nicht versteckt. Aber ich lerne schon. Also, wenn halt in der Küche vier Flaschen Wein gestanden, dann war das so. Dann hatte man halt... Ich hatte auch kein Inventar gemacht. Ich habe ja kein Inventar gemacht. Du denkst einfach, ich habe gemeint, wir hätten noch drei Flaschen, aber es sind nur zwei. Ja, eben, weil du hast gar keinen Verdacht in diese Richtung. Nein, gar nicht. Aber es gab einen Moment, in dem du im Nachhinein denkst, das ist jetzt so... Ja, es gab schon mal so eine Phase, das ist wirklich so absurd. Aber das war schon recht früh, 2002 oder 2003. Dann hatten wir das Nachtessen. Dann hatte der Weizapfel, wir hatten keinen anderen Wein mehr. Zuhause? Zuhause, ja. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja gut, wir haben keinen Wein, trinken wir noch etwas anderes, kein Problem. Dann hast du aber darauf insistiert und gesagt, ohne Wein esse ich nicht zu Nacht. Dann musste ich irgendwie an die Tankstelle fahren, den Wein holen. Ich meine, wenn du es jetzt im Nachhinein erzählst, fast 20 Jahre später, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, ist ja klar, oder? Ich meine, jeder vernünftige Mensch würde sagen, ja gut, es hat halt den Wein-Zapfen. Jetzt nehmen wir halt etwas anderes. Aber das ist noch krass, oder? Also, du warst mit einer Alkoholikerin verheiratet und hast es gar nicht gemerkt? Äh, ja, das muss man so sagen. Ich glaube, alles andere wäre wahrscheinlich sogar gelogen. Ja. Oder machst du dir Vorwürfe? Hast du es tatsächlich nicht gemerkt? Ja, klar. Ich meine, es lässt mich ja schon nicht so in einem tollen Licht anstehen, oder? Also, du hast ja dann so das Gefühl, ja, ich meine, der andere jetzt irgendwie ... Der checkt das nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, es war eigentlich beruflich alles okay, es war fit, wir haben viele Sachen gemacht, also der Alkohol ist eigentlich nie so im Vordergrund gestanden. Für dich? Ja, für mich. Wie ist das heute? Du hast gesagt, das Sportlerumfeld wird gerne mal noch eins zwitschern. Darfst du jetzt noch trinken, vor der Sibyl? Ja. Aber ich trinke eh nicht zu viel zu Hause. Wir haben jetzt schon zwei, drei Bierflaschen zu Hause. Aber hast du nicht das Gefühl, das ist vielleicht für Sibyl noch gefährlich? Ich habe dazu volles Vertrauen. Und ich denke immer darüber nach. Mhm. Das ist schwierig. Du denkst aber schon mehr darüber nach, als du siehst. Zum Beispiel so im Rest oder so, wenn wir essen gehen, wenn der Kölner mit dem Wein kommt, dann geht mein Glas weg. Sie nimmt nur ... Und so. Wenn ich gerade im Gespräch bin oder nicht, dass der bei mir Wein schenkt und ihnen irgendwie ... Ich glaube nicht, dass er Angst hat, dass ich ihn trinken, aber dass sie vor diesem blöden Glas stehen und es wieder zurückgeben müssten. Oder so. Ich bin sicher, dass es viele zu schauen, die denken, aha, oh, oh, ein bisschen Rotwein bin ich eigentlich auch schon. Das fragt man sich ja tatsächlich. Wann ist denn die Grenze zwischen viel und zu viel? Einfach, wenn man nicht ohne kann. Für mich war das der Moment, weil ich gesagt habe, ich habe ein Problem, wenn ich nicht einen Tag ohne Alkohol rumkriegen kann. Wenn es ohne das eine Glase oder ohne die drei Gläser nicht geht, dann ist etwas nicht gut. Denn es gibt genug Leute, die ohne Alkohol können. Das meistern. Und wie erkennt man ihn? Häufig merkt man von aussen ja nichts. Trinkerinnen und Trinker leben unauffällig unter uns. Eine Freundin hat mir erzählt, ihre Tante sei am Alkohol gestorben. Niemand hat gemerkt, dass sie trinken, nicht einmal ihre Kinder. Wer sauft, fällt in unserer Gesellschaft nicht gross auf. Schliesslich trinken über 80 % von den Leuten Alkohol. Ein wenig weniger oder ein wenig mehr. Mir ist es noch recht eingefahren, wenn du plötzlich einen Blick dafür hast, wie wichtig Alkohol auch ist in unserer Gesellschaft. Für alles, was Spass macht, wo man anstoss, wo man etwas feiert, wo man sagt, wir sind gute Kollegen, trinken wir eigentlich Alkohol. Es ist schafft Alltag. Es gehört eben zu unserer Kultur. Und ich bin ja nicht gegen Alkohol. Ich weiss einfach, dass ich persönlich den Alkohol nicht vertragen mag. Was mich richtig nervt, manchmal sind die Leute, die so insistieren, zuerst trinken nichts. Aber komm mit, aber eines. Oder nur zum Anstoßen. Wenn jemand so hartnäckig ist, hatte ich manchmal auch Lust, zu sagen, weisst du was, nein, ich bin ein Alkohol. Wenn ich jetzt hier trinken möchte, wirst du nicht wissen, wo es endet. Ich habe die Leute gerne herausgefordert, wie sie nachher sagen, wenn man sagt, hey. Tatsächlich muss man sich häufig rechtfertigen, wenn man keinen Alkohol trinkt. Das geht mir schon so. Und ich trinke einfach keinen, weil ich es nicht gerne habe. Ja, ist es noch eine andere Geschichte. Du erlebst es auch, dass du immer sagen musst, nein, wirklich nicht. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, als ich sicherer geworden bin, in dem ... Ich will nichts trinken. Dass ich einfach so bestimmt gesagt habe, nein. Ja. Und wenn dann jemand hartnäckig geworden ist, haben sie gesagt, du, hast du gehört, was ich gesagt habe? Nein. Punkt. Und dann ist es erledigt. Und das verstehen alle. Eine Frage, die für mich noch nicht ganz beantwortet ist, ist die, weisst du, ich und der Arbeitskollege oder vielleicht auch Leute, die in der Familie so einen Fall haben, weil sie es eigentlich wissen, was können wir machen? Was kannst du selber beitragen? Soll man es ansprechen? Ansprechen, sagst du. Mhm. Aber wie? Liebevoll. Und nicht zu sagen, du hast, sondern ich denke oder ich habe das Gefühl, oder ich bin da, wenn du irgendeine Hilfe brauchst. Einfach liebevoll. Ja. Liebevoll. Es ist nicht einfach, jemandem das zu sagen. Was man vielleicht sagen kann, ich habe festgestellt, dass es bei dir etwas nicht stimmt und ich mache mir Sorgen um dich. Ja, nicht einfach irgendwie, hör doch auf, mach doch, und setz dir mal, geh doch zum Psychiater oder weiss ich nicht was. Das bringt absolut nichts. Mhm. Es ist kontraproduktiv. Und diese Person, also es ist mir so gegangen, ich habe mich total allein gefühlt in einem solchen Moment, wenn jemand so etwas gesagt hat. Und das war wieder der Grund, etwas zu trinken. Ich werde ihn nicht verstanden. Also wenn sie mich nicht verstanden, brauche ich etwas. Und das war für mich der Alkohol. Der Alkohol, das bleibt für euch ein Thema. Aber jetzt im Alltag, also wenn nicht ich komme und euch ausfragen. Weisst du, ist das noch so präsent überhaupt? Ja. Es ist hier, es ist rundherum. Er ist rechts, er ist links, er ist vorne, er ist hinten. Ich sehe ihn, aber er tut mir nicht mehr weh. Das habe ich heute. Er tut mir nicht mehr weh. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist keine Unehre, wenn man diese Krankheit hat. Nein. Aber es ist sehr schlimm, wenn man nichts dagegen macht. Oder es kann schlimm rauskommen, wenn man nichts dagegen macht. Etwas dagegen machen, ist bei Alkoholabhängigkeit schwer. Das wissen Felix, Liss und Sibyl selber am besten. Aber sie haben es geschafft. Ihre Schicksale haben mich beeindruckt, aber noch mehr, wie offen, dass sie darüber reden. Vielleicht helfen ihre Geschichten ja dem einen oder anderen, um den Alkohol auch hinter sich zu lassen. Eindrückliche drei Tage unter Alkohol gekommen. Was hat das bei euch ausgelöst? Oder habt ihr noch Fragen, die ihr noch gerne beantwortet hättet? Einfach in die Kommentare. Und wie es ist, wenn man als Kind bei alkoholkranken Eltern aufwächst, den Dock Trinkerkinder, den kann ich euch empfehlen. Für mehr Dock einfach unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bleibt ihr auf dem Laufenden.